moin zusammen so sonntagmorgen ich habe einen kaffee und natürlich weswegen wir eigentlich hier sind die peri roda erst auflage dieses mal die resa tempsons paradies entführt das ist die nummer 3143 ein planet verschwindet atlan auf ungewöhnlicher rettungsmission ja atlan von dem aber lange nichts mehr gehört wir hatten schon gehofft wir kommen ohne akku lieben auf aber entscheidend nein nicht mit verena temsen da müssen akku liegen rein ja gut man sieht halt hier man kann es vielleicht erahnen ein planet in einer blase umgeben von raumschiffen ja man kann er ahnen es hat was mit dem verschwinden dieses planeten zu tun und dem ist auch so schönes cover roman ich bin kein fan ausufernder vielfältige handlungsstränge ich habe es lieber halt eine haupthandlung an der man sich entlang handeln kann bewegen kann ja und das war natürlich jetzt wieder ganz abruppter schauplatzwechsel mit mehreren handlungsebenen also so dinge die ich eigentlich so gar nicht mag also das war dann eher so so genannter samstagsroman also den ich dann so freitags nicht zu ende lese allerdings jetzt fairerweise ich war freitag abends unterwegs und ja den roman dann quasi am samstagmorgen gelesen wie die meisten von euch wahrscheinlich ja also ein bisschen mehr am anfang pflicht als kür oder vergnügen allerdings muss ich sagen zum schluss hat er mir doch recht gut gefallen also am schluss fügen sich ein paar puzzelsteine zusammen das ergibt so ein halbwegs rundes gesamtbild ich würde sagen da gebe ich mal zweieinhalb punkte also am stück definitiv nicht gelesen war jetzt aber auch nicht so dass ich sagen würde okay denn da habe ich mich jetzt mit mehreren attappen durchgequält ja zweieinhalb würde ich sagen worum geht es in der roman also die akkoniden planen mit hilfe des unsterblichen atlans ein etwas großes und zwar das akkon system soll quasi wieder auferstehen und zwar mit seinen drei hauptwelten quasi als ring akkon 123 und dafür wird dann quasi der planet der shivu als akkon 3 auserwählt und dann auf die reise geschickt also sense of wonder definitiv nicht zu knapp ja ich würde sagen da tauchen auch noch ein paar leute auf nach dem cut ich würde sagen das gibt in punkto sense of wonder definitiv volle zwei punkte das war so ein fan der technischen science fiction glaube ich ja doch gut hatte zwar noch einen anderen anteil aber ich würde sagen das überwiegt eigentlich in summe und ich würde jetzt mal zwei punkte für sense of wonder geben vor allem da noch ein paar leute auftauchen ja wenn man das zyklus handlung ja gut wieder trotz des abrupten schauplatzwechsels wie gesagt den neuen bisher noch nicht überhaupt noch nicht betrachteten schauplatz m 13 der wird zwar also gibt es zwar im rückenschlag halt zum vorigen vierer block in der milchstraße da gibt es einen direkten anknüpfungspunkt das passt und es gibt einen direkten anknüpfungspunkt zu perioden 3100 also dem ersten roman des zyklus da wurde schon angewähnt die akkoniden planen großes aber das wird elegant umschifft großzügig ausgespart und ja 43 wochen später sind jetzt ja gut das sind ja bestimmt zehn monate geht es dann wieder zurück nach akkon also das hätte man vielleicht theoretisch irgendwie auch schon mal ganz am anfang mit anreißen können er hat man ja auch gemacht also nur ansatzweise halt von daher ist jetzt nicht so ganz aus dem zyklus rausgefallen ich würde jetzt mal einen punkt von zwei hin vergeben ja so am anfang war es wirklich sagen boah nicht schon wieder neuer schauplatz das war so fühlt sich ein bisschen rücksturz nach zyklus mythos an da wurde dann eben auch so später irgendwann mal akkon aus dem hut gezaubert und alles an interesse dann dahin verlegt ja kann man machen muss man nicht kann man sich drüber streiten umsetzung leistung des autos ja so ganz rund fand diese symbiose aus technobubble was natürlich dann so ein technisches projekt der nachher auch ist technischer groß technisches großprojekt das war eigentlich schön beschrieben und wohl der unvermeidlich eine rettung eines hilflosen primitiven und neuen neuen spezies das war irgendwie nicht vermeidbar also beim letzten roman schon so ja es häuft sich jetzt als grundthema ja gehört zum technischen großprojekt auch immer mit dazu weil im prinzip man kann natürlich auch zeigen was das für auswirkungen halt auf die betroffenen hat wobei man dann meiner meine nach einfach die tv oder hätte nehmen können oder irgendein wichtiges volk halten dass man nicht sagt wir suchen uns irgendwie so vergessen das neu aufgetauchtes ganz junges volk auf oder spezies aus die dann halt irgendwie darunter zu leiden haben sondern vorige roman hätte glaube ich dann wirklich schon ein tv oder planet da leiden lassen können wäre vielleicht noch etwas intensiver geworden ja hätte mehr so auch noch mehr hätte das nicht so ganz von dem faktor mensch entkoppelt oder lemura abkommenden entkoppelt und hätte wirklich zeigen können dass wirklich dann auch die lemura dann betroffen sind ja also von daher würde ich dann sagen so ganz happy bin ich nicht das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche handlungsstränge die sich gegenseitig so ein bisschen beißen ich gebe jetzt mal 1,5 von zwei punkten den teil kann man natürlich allen natürlich auf dem expokaten zuweisen ja also in sich schon schön stimmig geschrieben halt aber es ist schon da prallen zwei welt aufeinander ja in summe sieben punkte ja ich glaube also ich bin kein fan von diesen abrupten schauplatzwechseln von diesen übergangslosen dingen ja ich glaube das gibt dann halt immer punkte abzug beim beim zyklus flow ja ist immer schade für den ersten der das dann aus bügeln muss und irgendwie dann wieder auf fahrt bringen muss ich glaube das ist jetzt leider so ein wiederkehrendes muster also am anfang fand ich es im zyklus deutlich schöner gelöst einfach längere blöcke die ineinander überfließen und ja jetzt dieser abrupten wechsel bin ich kein freund von da fehlt irgendwie so der zusammenhang zwischen diesen beiden handlungssträngen und ja der wird wahrscheinlich am ende zusammenlaufen aber das umblenden das klappt noch nicht so ganz ja in dem sinne sieben punkte ich würde sage ich noch mal einen cut also wer den roman noch nicht gelesen hat also am anfang war es ein bisschen ungewohnt aber am ende überzeugt er dann doch irgendwie halten also von daher liest ihn es ist glaube ich ein wichtiger schlüsselroman er verknüpft eine ganze menge fäden wohl anscheinend verknüpft noch mal so zum anfang nach akku und so weiter und so fort in dem sinne mama cut wer noch nicht gelesen hat schaltet aus und liest ihn oder hört ihn und ja dann sehen wir uns wieder wenn ihr ihn habt ok für die die noch hier sind ja gut wir erleben das ganze so ein bisschen aus der sicht einer akkonin die halt im prinzip so feldforschung bei diesem volk der schien betreibt ja ist so ein bisschen so geht so ein bisschen so zurückzug dazu atlans jugend atlantis geschichten ob das raufschiff wolfschwester dort auch schon so die ecke hin dass man so wirklich so wieder als hoch technologischer mensch dann in so eine primitive gesellschaft zurückgeschleudert wird oder ganz am anfang ihrer entwicklung stehende gesellschaft zurückgeschleudert wird ja zumindest sonst steinzeit feeling halt so mit schamanen und als geist und ja ich denke ist definitiv eine reminiscenz also das fand ich auch wirklich ganz schick ganz nett das technische großprojekt kamen ein bisschen kurz meiner meinung nach das hätte man vielleicht etwas ausführlicher machen können da hätte natürlich war dieses kleine volk dann wirklich komplett ausstreichen müssen oder anders machen müssen ja ist immer schwierig also man hat ja meistens so die wahl zwischen pest und cholera man muss das irgendwie gewichten irgendwie machen und das ist natürlich eine aufgabe der autorin des autors und ja also in summe also hinzugeklappt da war ich damit zufrieden das passt schon ein bisschen technischer machen können aber ja so ein paar puzzelsteine fügen sich zusammen ich hatte ja schon erwähnt also im prinzip es kommt noch ein bisschen mehr sense of wonder im prinzip wir haben unsere judoren wieder mit dabei die da wo anscheinend menschentechnologie oder bildstrass technologie scheint sich wohl mit ein bisschen der technologie der kosmokraten der judoren zu beißen wird auch mal ganz interessanter ansatz also macht die die technik so ein bisschen greifbarer wissen geerdeter ist nicht halt so diese abstrakte über technologie sondern ja es gibt interferenzen das fand ich ganz schön geschrieben ja und muss sagen wieder ihre finger da im spiel zu haben also sie wurde ja schon im vorletzten roman des letzten zyklus im mythos zyklus mit erwähnt also das scheint so eine größere kosmische handlung zu sein halt im prinzip erstmal die die hat ja im prinzip das ganze hat ihren anfang bei der kandidatin fatum genommen die natürlich dann die kairaner vertrieben haben die sie in der milchstraße breit gemacht haben hier irgendwann von dann gezogen sind mit ihrem equipment das schienmoto alles in muister geist plan zu sein und die leuchtkraft hat den kao porta da in der nachbargalaxie cassiopeia stranden lassen die kosmokraten bauen was in der milchstraße ja ich glaube da wir sind wieder ganz zurück bei den hohen mächten und zwar ganz oben finde ich nicht schlimm ich bin mal gespannt ob es noch mal irgendwann wieder auftaucht weil so eine eigene superentleganz wäre doch ganz nett wird das bild wieder vervollständigen und ja obwohl ohne es ist natürlich dann die galaxis die menschheit perry und mal seine mannen dazu gezwungen halt selber ein bisschen größer in größeren dimensionen zu denken bis jetzt reagieren sie eigentlich fast immer nur das ist ja nicht wirklich schön also wirklich so zu überlegen halt da ein bisschen mehr zu machen ein bisschen groß in größeren abständen zu denken glaube ich das würde perinitial aktivator trägern vielleicht nicht nicht schlecht tun oder ganz gut tun ja in dem sinne würde ich sagen dass man es hier mit gut sein schon auch immer erbessert sich er steigert sich definitiv ich habe mir ein recht gut gefühl zu geklappt also sieben punkt ist auch nicht das schlechteste also ja definitiv lesbar als ich denke es auch ein wirklich wichtiger schlüsselroman der einfach dann auch für die handlung wirklich wichtig so als dreh- und angelpunkt verbindet das eine ganze menge so eine art verbinderroman ja also er ist wichtig lest ihn auch wenn es vielleicht nicht ganz so flüssig flucht wie waren ja ja es gibt sonst so schönes gut wetter ist draußen bewirkt bin eine runde spazieren gehen klärt aber trotzdem den geist hebt die stimmung und bewegung tut gut also von daher war mir ja auch mit so auf und dann kann das ist kein problem ja sonst noch so ich lese gerade noch den aber crombie weiter das ist gut das ist fantasy und ganz aktuell ihr seht ja schon halt der seite hier ich habe hier meine vier hydrogol romane der fünfte ist aus dem lektorat zurück ich habe die erste durchsicht schon heute vormittag beendet das heißt so dass das was offensichtlich verbesserungswürdig ist formulierung habe ich dann einfach gemacht übernommen es gibt natürlich so ein paar kommentare wo man sich erst denkt boah ist das wichtig und dann ist ja wieder recht ja die uffizid hat dann auch so ein paar punkte wo ich dann noch mal tiefer rein muss wobei es jetzt auch nicht so ganz gravierende punkte gibt so er kleinigkeiten wo es dann nicht ganz logisch nicht ganz konsistent ist dafür ist natürlich so eine außenperspektive immer wichtig dass man jemand anders hat der dann das werk quasi unvorbelastet liest und weil als autos natürlich in seiner eigenen welt gefangen und lebt da drin und setzt natürlich wahrscheinlich auch ab und zu zu viel voraus beim leser also von daher lektorat hat sich wieder gelohnt ich musste noch nur ein paar stellen überarbeiten und ich hoffe wieder 5 kommt dieses jahr noch so abschluss dieses jahr in der trilogie dann werde ich mein bild hier noch so ein bisschen umbauen müssen aber ich denke das kriegen wir hinten und ja in dem sinne würde ich noch einen schönen sonntag dreht noch eine runde falls ihr den roman noch nicht gelesen habt liest ihn ja also ich denke es ist ein wichtiger roman also der verbindet eine menge puzzelsteine menge handlungsstellen ja hat natürlich wieder sehr viel material drin was mit der vorgänger auch schon hatte also ob man das vielleicht so ein bisschen runterfahren wirklich sich auf einen hauptstrang konzentrieren sollte aber gut das müssen die expokaten wissen ich kann nur mein senf dazu geben und okay in dem sinne hatten schönen sonntag und man sieht sich mittwoch wenn ich noch was hinkriegt sonst am nächsten sonntag was gut